Willkommen zur ersten Tiny Lecture zum Bereich Game Development. Wir schauen uns heute ganz kurz das Thema von den verschiedenen Spielertypen an. Und eine sehr bekannte Variante von den Spielertypen kommt ursprünglich von Richard Bartle. Und da war eigentlich die Idee, dass wir ein Spiel anschauen. Also damals hat er sich Mats angeschaut, sogenannte Multi-User-Dungeons, und hat sich dann überlegt, alle spielen ein bisschen unterschiedlich. Und hat halt auch gesehen, dass Spieler manchmal lieber mit der Umgebung interagieren, manche spielen lieber mit anderen Spielern, manche spielen lieber gegen andere Spiele. Und das war ein erstes sehr spannendes Modell aus den Playertypes namens die Bartle-Playertypes, kann man glaube ich sagen. Ich zeige euch gleich kurz einmal dieses Original-Script, was damals passiert ist. Das ist eben von, das hat geheißen, das war ein Paper, was publiziert worden ist. Hearts, Clubs, Diamonds, Spades. Also er hat es dann auch irgendwie mit einem Kartendeck verglichen. Und hat dann eine ganz simple Taxonomie, also eine Einteilung beschrieben, wo er gesagt hat, okay, schauen wir uns kurz diesen Graphen an. Wir haben auf der einen Seite auf dieser Dimension die Spieler und wir haben auf der anderen Seite die Umgebung, die Welt, das Environment. Und manche Spiele interagieren mit diesen Parametern und andere agieren. Genau. Und die Spieler, die jetzt zum Beispiel voll gern mit anderen Spielern interagieren, werden von ihm als sogenannte Socializer beschrieben. Solche, die mit der Welt gern interagieren, sind Explorer. Also Socializer, wir sind gerne in einer Gilde, wir machen gerne Quests zusammen. Explorers, wir möchten tatsächlich die Welt erkunden und ja, es freut uns voll, wenn wir stundenlang in Skyrim herum exploren können quasi. Dann gibt es die Achievers, also wir agieren mit der Welt oder auf die Welt. Das wäre typischerweise jemand, der, und ich fühle mich da jetzt sehr eingeschlossen, wenn ich jetzt zum Beispiel alle verschiedenen Schwammerlarten in Skyrim suchen möchte. Wenn ich alle Monster-Stunts in GTA suchen möchte. Das heißt, ich möchte halt immer diese 100 Prozent erreichen. Und dann gibt es auch die sogenannten Killers. Da geht es dann in Richtung Kompetitive. Das heißt jetzt gar nicht, dass ich jetzt zwangsweise gegen andere Spieler spiele, aber schon sehr kompetitiv im Sinne von, ich freue mich, wenn ich im Ranking besser bin. Ich freue mich, wenn ich jetzt bessere Gier habe und ein stolzer, hunderter Charakter in einer Welt voller 60er bin und vielleicht auch den anderen helfen kann, um auch zu zeigen, ja, dass ich schon ein bisschen weiter bin eventuell. Ich meine, wo seht es denn ihr euch? Also wenn ihr euch das überlegt, Socializers, Explorers, Achievers, Killers, wo würdet ihr euch da sehen? Und ich mache da auch im Chat direkt eine Umfrage. Weil wir haben da genau vier Antwortmöglichkeiten. Schau mal, wir haben die Killers, wir haben die Achievers, wir haben die Socializer, wir haben Explorer. Wir machen das so eine drei Minuten Umfrage. Was sehen wir? Also ich schaue ja schon gerade ein bisschen mit. Skyrim Exploren, ganz klar Explorer. Explorer mit Achiever, Achiever mit Explorer-Einfluss, Air Achiever, bisschen was von allem irgendwo dazwischen. Genau, ihr habt es ja schon sehr richtig erkannt. Also die meisten von uns sind doch mehr als ein Typ. Wir sind dann normalerweise mehr als ein Typ. Und das heißt, das, was ich jetzt angeben habe, ist das, wo ihr euch am ehesten seht. Aber die Wirklichkeit ist, dass wir so eine Art DNA haben. Wir sind zu 60 Prozent passen die Achiever-Sachen auf uns zu. Aber 70 Prozent auch die Socializer-Sachen. Das heißt, es muss gar nicht die 100 Prozent ergeben, sondern da geht es einfach nur darum, okay, welche Features würden uns da gut gefallen. Wenn ich jetzt, also oben ist es die Poll aktiv, das heißt, gern auf die Poll klicken. Ich sehe es gerade aktuell 11 Prozent Killer, 30 Prozent Circa Achiever, 4 Prozent Socializer und fast 60 Prozent Explorer. Das ist total spannend. Also wir kommen jetzt gerade aus einem Diablo-Stream. Und da macht es natürlich ganz auch Sinn, dass gerade in Diablo sehr viel aus dem Bereich Exploring kommt. Ja, so. Also das ist das, wo es eigentlich so alles ein bisschen herkommt. Und die Ur-Idee ist eigentlich, dass wir uns bewusst sein sollten, dass wir alle unterschiedlich spielen und vielleicht auch unterschiedliche Vorlieben haben. Da können wir uns auch die Grafik dazu anschauen. Das heißt, hier haben wir Exploring, Competing, Collaborating und Creating. Und da gibt es dann auch verschiedene Varianten, wie wir mit einer Art von, mit einem Spiel interagieren wollen würden. Was ganz spannend ist, und das habe ich auch in meiner eigenen Forschung einmal zeigen können, wenn jemand kompetitiv ist, also es gibt Leute, die sind total motiviert durch ein Ranking und durch irgendein Highscore, wo ich dann sehe, ob ich erster, zweiter, dritter, vierter bin. Und das Spannende ist, manche fühlen sich dadurch demotiviert. Das heißt, wenn ich also ein Spiel mache oder irgendeine andere Anwendung und sage, okay, cool, ich kann Leute motivieren, indem ich da Rankings reinbringe und dann motiviere ich, weiß nicht, 700.000 User dadurch und weiß aber nicht, dass ich andere dadurch verlieren werde. Vielleicht sogar mehr, als dass ich dadurch gewinne oder vielleicht ein bisschen glücklicher mache. Das ist halt total relevant, wenn ich dann Software oder Spiele kreiere. Ja gut, also das sind ja so diese Spielertypen. Genau, wir haben jetzt, wenn wir uns jetzt die Pollergebnisse anschauen, so, sehen wir, dass wir, also da im Stream haben wir 59% Explorer, 27% Achiever, 11% Killer und 3% Socializer. Und das ist jetzt total spannend. Also wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt, sorry, jetzt bin ich gerade ein bisschen abgelenkt gewesen, wenn ihr jetzt denkst an Diablo, dann kommt der Streamer jetzt gerade her. Ja, warum sind Diablo Streamer zum Beispiel am ersten Explorer? Gut, also das ist so quasi ein bisschen die Welt, woher die Spielertypen kommen. Das ist aber ein Modell, was wirklich sehr banal ist, was ich gerne immer verwende, um einfach aufzuzeigen, zu sehen, dass es verschiedene Spielertypen gibt und wir auch, wie gesagt, alle unterschiedlich sind. Und da gibt es auch ein total spannendes Quiz dazu. Also ich werde euch den Link auch reinposten. Das heißt, da könnt ihr dann auch für euch ein bisschen beschreiben, was ihr seid. Das ist eben die Gamer-DNA. Der Battle, der ist der Gamer-Psychologie. Das heißt, wir sind tatsächlich da im Psychologie-Bereich. Da werdet ihr euch jetzt fragen, ich bin Informatikerin, warum interessiert sich die Informatikerin für die Sachen? Wir werden aber gleich beschreiben. Und genau dieser Test ist eben hauptsächlich für diese Multi-User-Spiele, auch gerade MMOs wie eben WoW. Und bei was fühlst du dich als Spieler in einem Online-Spiel wohler, sich mit Freunden in der Taverne zu unterhalten, allein die Orks jagen? Was macht dir bei Quests mehr Spaß, die Belohnung am Ende Teil der Handlung oder der Geschichte zu sein? So, also da könnt ihr euch dann, da könnt ihr euch dann so ein bisschen durchklicken und schauen, wo ihr reinkommt. Ich mache jetzt ein paar Demo-Klicks und wir sagen jetzt gleich, battle mich. Und das ist genau das, was wir gesehen haben. Wir sind eben, bis zu einem gewissen Teil treffen diese Features auf uns zu, deswegen sind wir hauptsächlich Explorer. Wir mögen auch Averageie-Versachen, meistens auch Socializer-Sachen und weniger von den Kieler-Sachen. Tja, das ist jetzt Bartl. Da gibt es auch Kritik dazu. Es gibt sehr viele andere Modelle auch. Also es gibt jetzt auch die Expanded Player-Types von Bartl, weil wenn ihr euch dieses Modell anschaut, da fehlt doch schon relativ viel. Und da gibt es dann das sogenannte Extended-Modell, wo wir dann auch mehrere Varianten haben. Das heißt, nicht nur Player und World und Acting und Interacting, sondern es ist ein dreidimensionales Modell, wo wir noch dazu explizit und implizit haben. Das heißt, da haben wir wesentlich mehr Möglichkeiten, noch Politicians und Opportunities und Hackers und so weiter und Scientists auch in diese Welt, in diese Typen zu holen. Und ja, es gibt aber einfach ganz viel andere Kritik auch noch an dem Modell. Das heißt, in dem Fall ist es einfach so eine ganz simple Taxonomie, kein Recht auf Vollständigkeit. Und da hat schon sehr früh Niki in einem Paper gemeint, dass man halt eigentlich wirklich ein Component-Framework braucht und nicht nur so ein Kategorie-Framework. Das heißt, wenn wir uns da anschauen, hat Niki vor ein paar Jahren dann diese Motivations of Play in MMORPGs noch beschrieben und kritisiert dann halt auch direkt die typischen Player-Types und schlagt dann auch zusätzlich eine wesentlich klare Beschreibung von unterschiedlichen Elementen auf. Also zum Beispiel Sachen, die man in MMOs machen kann, dass man ein gewisses Leveling hat, dass man verschiedene Mechaniken, Game-Mechaniken hat, verschiedene Competition-Faktoren, Socializing-Faktoren, Relationship-Faktoren, Teamwork-Faktoren. Und da hat er schon zum Beispiel aufzeigen können, basierend auf diesem Fragebogen, dass nicht alle Faktoren, die da angegeben werden, dann äquivalent passend in diese vier Spielertypen passen. Und deswegen hat er dann einfach dieses Component- und Subcomponent-System beschrieben. Das heißt, dass wir es nicht so stark in Richtung die unterschiedlichen Typen gehen, sondern dass wir mal schauen, okay, was gibt es im Bereich Achievement? Was gibt es im Bereich Social? Was gibt es im Bereich Immersion? Und da gibt es halt dann wieder auch unterschiedliche Sachen. Also zum Beispiel Achievement kann doch durchaus eben dieses ständige Progress sein, dass ich von einem Level ins andere weiterkomme, dass ich verschiedene Mechaniken, und das sind wir, glaube ich, auch in Diablo wieder ganz richtig, diese Optimierung, dieses Template bauen, die Analyse, dass ich einfach die besten Skills haben kann und dann aber auch eine gewisse Art von Competition. Genau. Und das ist, glaube ich, auch, wenn wir das eben im Bereich Diablo anschauen. Da haben wir nämlich zum Beispiel auf der einen Seite Achievement, Sachen wie eben diese Optimierung, Progress und ein bisschen die Competition. Dann haben wir den Social-Bereich, wo es darum geht, okay, ich kann mit anderen helfen und Freundschaften machen. Ich kann vielleicht auch Sachen über mich preisgeben und Support geben oder eine gewisse Art von Teamarbeit und Gruppenachievements. Und im Bereich Immersion, Immersion bedeutet immer so viel, dass ich wirklich, wirklich direkt in ein Thema eintauchen kann. Da habe ich dann Themen wie Exploration, die Background-Geschichte, die Lore, dass ich kleine Geheimnisse finde, Rollenspiele, dass ich mich wirklich auch in die Story versetzen kann, dass mich meine Character-History fasziniert, dass ich mich selbst auch anpassen kann. Also wie gesagt, ich möchte Teil von diesem Geschehen werden, Teil von dieser Geschichte werden. Das heißt, ich möchte selbst auch beschreiben können, wie ich ausschauen möchte. Was ist in euch zum Beispiel da wichtig? Wenn ihr jetzt an Diablo 4 denkt und ihr habt da jetzt diese unterschiedlichen Punkten, diese unterschiedlichen Komponenten, wie Discovery, Roleplaying, Lore, keine Ahnung was, was würdet ihr da relevant und wichtig sehen? Warum spielt ihr zum Beispiel Diablo 4? Und ich glaube, da kann man dann auch relativ gut verstehen, warum manche mit einem Blizzard-Announcement, so wie wir es gestern bei der BlizzCon gesehen haben, zufriedener sind als andere. Weil manche möchten halt diese absolute Optimierung, sind für das lange Spielen da, versus andere freuen sich halt voll, wenn sie mehr Geschichte bekommen, sich mehr auf den Charakter konzentrieren können und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, sehr viele waren eigentlich auch gestern bei einer BlizzCon-Darstellung von, hey, wir werden ein neues Expansion-Package machen, bei dem es wieder ganz starke Lore geht, zurück zu den Ultra-Woods. Versus andere, die Richtung Mechanik unterwegs sind, das heißt, absolutes Optimieren, haben vermutlich durch die Ringe auch einige schöne Momente gehabt, aber werden halt wahrscheinlich nicht mit den Details, die präsentiert worden sind, nicht so zufrieden sein wie jemand, der im Bereich Lore war. Und das frage ich auch wieder kurz in den Chat. Wo seid ihr? Also wo fühlt es? Gegebenen Blizzards-Announcements. Wer war denn einigermaßen irgendwie mit irgendwas zufrieden gestern auch bei den Announcements? Also vielleicht aus unterschiedlichen Motivationen. Und da gehe ich gleich ein bisschen weiter. Also ich habe es schon erwähnt, es gibt einfach ganz viele unterschiedliche Varianten von diesen Gamer-Personalities. Die Personality-Types kennt ihr ja nicht nur aus dem Gamer-Bereich. Die gibt es ja auch in der, die Lerner-Typen und allgemein die Psychologie-Typen. Das heißt, ich weiß nicht, die, es gibt die besagten, die bekannten Big Six, die Big Five, Entschuldigung, die Big Five Personality-Traids allgemein, die vielleicht viele von euch kennen. Also aus der Psychologie kommend, gibt es fünf Personality-Types zum Beispiel. Also da gibt es auch wieder ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Modelle. Und das ist vermutlich eins der bekanntesten. Wir nennen das einfach das Fünf-Faktoren-Modell, die Big Five. Und das kommt eben aus dem Bereich Persönlichkeitspsychologie. Auch da gibt es eben verschiedene Traits quasi. Auf der einen Seite diese Aufgeschlossenheit, das heißt, Personen sind offen für neue Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, das ist eine gewisse Art von Perfektionismus, Extraversion, das ist die Geselligkeit, Extravertiertheit, dann Verträglichkeit, Kooperationsbereitschaft und Empathie werden dazu. Neurotizismus wäre diese emotionale Labilität und Verletzlichkeit. Also wir kennen Persönlichkeitstypen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und das einmal ist eben auch wieder im Bereich von der GEMA-Personality. Das heißt, Brain Hacks ist ein ganz spannendes Modell, auch schon sehr früh eingeführt, eigentlich 2011, aus dem Bereich, also hier arbeiten hauptsächlich auch Psychologen, Psychologinnen zusammen, die verschiedenen Kategorien basieren auf der Motivation, warum man Videospiele spielt, beschrieben haben. Das heißt, die Spielertypen, die Bartel hergibt, die zeigen eigentlich an, okay, ich habe ein Spiel beobachtet im Bereich Multi-User-Dungeons und wo kann ich irgendwelche Patterns ziehen. Und das Brain Hacks-Modell zeigt es wirklich die Klassifikation basierend auf der Motivation, warum man Spiele allgemein spielt. Und das ist, hat wieder Ähnlichkeiten, hat aber unterschiedliche Faktoren auch dabei, die vielleicht auch andere Spieltypen inkludieren. Weil wir es mal schon gesehen haben, meine Playertypes von Bartel funktionieren tatsächlich nur für Multi-User-Games, für Multi-User- MMO-artige Games. Und hier, da haben wir jetzt zum Beispiel die Seekers, Enjoy Exploring a Game World, also wir möchten die Welt erkunden können. Survivors, das ist jetzt ganz spannend, freuen sich, indem sie eine gewisse Art von vielleicht Angst oder eine gewisse Art von Thrill in einem oder Survival-Settings auch erkunden können. Und das wären jetzt Leute, die zum Beispiel auch gerne Horrorspiele spielen. Daredevils, das sind halt diese Thrilling-Experiences, das muss alles aufregend sein und das wäre zum Beispiel, dass man schnell in einem Racing-Spiel erfahren kann. Masterminds sind Puzzle-Spiele, komplexe Strategiespiele. Conquerors, das heißt, da wäre es jetzt, dass man wirklich auch schwierige Gegner besiegen kann und Socializers und Achievers haben wir jetzt zum Beispiel auch schon mal vorher besprochen. Also es ist wieder ein anderes Modell. Also was halt sehr spannend ist, dass es einfach ganz viele Modelle gibt und in der Ur-Diskussion, wie wir jetzt auch diese Tiny Lecture gestartet haben, war es ganz klar, dass wir die Spielertypen unterschiedlich beschreiben können. Also es gibt Leute von uns, die da sind, um das Spiel, eben, wie ihr geschrieben habt, durchzugrinden, um absolut zu optimieren und manche möchten Diablo zum Beispiel nur für die Story für acht Stunden spielen und sind dann voll glücklich. Und das heißt, wir können unterschiedlichste Arten von Spielertypen haben. und das, was dann Hamari und Tunanen gemacht haben, sie haben eine Meta-Synthesis gemacht, Synthesis. Das bedeutet so viel. Da geht es darum, dass ich verschiedene, also wenn ich so eine Metastudie mache, schaue ich mir verschiedene Modelle von anderen Autoren, Autorinnen an und versuche einfach einen Überblick darüber zu geben. Und das ist das, was sie in diesem Paper schreiben. Und da können sie zum Beispiel schreiben, es gibt verschiedene Arten, wie wir Spieler unterschiedlich in Kategorien setzen können. Zum Beispiel eine geografische Segmentierung. Das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, aber es ist auch total spannend, dass wir sehen, dass die Kultur, wie wir, dass die Kultur oder unsere Herkunft ganz stark beeinflusst, wie wir spielen. Also wir wissen zum Beispiel, dass im asiatischen Raum viel mehr Geld für Mobile Games ausgeben wird im Vergleich zu uns. Also da gibt es eine ganz andere Art von Spielkultur, wie gespielt wird und was gespielt wird. Die demografische Segmentierung, das wäre natürlich Features wie Alter, Geschlecht, Herkunft und so weiter und so fort. Dann diese Psychographic Segmentation, Das wäre es basierend auf Interesse und Lifestyle zum Beispiel. Und dann, das ist das, was wir uns jetzt hauptsächlich angeschaut haben, wäre das die Art und Weise, wie wir mit dem Spiel umgehen. Das heißt, ob wir zum Beispiel auch gern kompetitiv spielen oder ab und zu einfach um von der Arbeit ein bisschen abgelenkt zu werden und ein bisschen vielleicht eine gewisse Art von Entspannung zu haben. Gut, und das ist jetzt dieses Ergebnis von der Studie. Sie haben dann basierend auf verschiedenen Keywörtern haben sie Papers gefunden und gesucht, die verschiedene Arten von Player-Typen bestimmt haben und zeigen dann halt auch, welche verschiedenen Player-Typen wir da haben. Zum Beispiel Partel kommt im Bereich Behavioral und hat eben die Achieve Explorer Socializer Killer und die Games in dieser Studie waren einfach Mats. Lazaro beschreibt zum Beispiel eine konzeptuelle analytische Beschreibung und zeigt auch auf, okay, es gibt Leute, die gern Easy Fun, Hard Fun, Altered States oder The People Factor beschreiben. Dann Drachen et al., das war auch eine Behavioral Analyse, das war basierend auf Datenanalyse und Mats an Multi-User Dungeons und haben jetzt zum Beispiel nur Tomb Raider analysiert und basierend auf Big Data Analyse, das heißt, jede Interaktion, die ihr mit einem Spiel habt als Spieler, werden da quasi mitgeloggt und basierend auf dem werden diese Spielerdaten geklustert und da haben sie dann herausgefunden, dass es in Tomb Raider basierend, wie Spieler tatsächlich mit dem Spiel interagieren. Veteranen gibt, das sind vermutlich die, die sehr geskillt mit dem Spiel interagieren, dann Solver, Pazifisten, Solver sind vermutlich die, die wirklich voll gern alle Puzzles finden, Pazifisten, das sind die, vermutlich die eher im Stealth-Modus unterwegs sind und wann das dann vermutlich die, die das Spiel schnell durchspielen. So, also ich werde euch die ganzen Papers und Links verlinken, das heißt, da könnt ihr dann auch ein bisschen selbst durchschauen, falls euch das weiter interessiert und ich möchte jetzt da aber anschließen, also ich habe ja schon vorher gesagt, was hat das Ganze mit Computer Science zu tun und das ist jetzt halt die Gretchenfrage, weil ich komme eben aus dem Bereich Computer Science und habe also keinen psychologischen Background, das klingt jetzt aber alles so nach Psychologie, was mache ich dann? Und das ist genau das, wo ich mit Kollegen eben wie Anders Drachen zum Beispiel zusammen arbeite, dass wir basierend auf Machine Learning Methoden, das ist Machine Learning das Lernen versuchen, verschiedene Arten von Spielertypen basierend auf den Interaktivitäten mit den Spielen, von den Spielenden zu kategorisieren und da zeige ich euch jetzt ganz kurz noch ein paar eigene Arbeiten und zwar wir nennen das quasi die Player DNA, also die Player Habits, das heißt, wenn wir uns nämlich dieses Modell anschauen von Bartel, wo es dann vier verschiedene Spielertypen gibt und ihr habt es alle gesagt, hey, nein, für mich stimmt das nicht, ich bin 60% das und 70% das und so weiter und so fort, dann kann das ja so gar nicht ganz gut beschrieben werden. Das heißt, für jedes Spiel gibt es eigentlich eine eigene Player DNA und diese Art von Player DNA kann man dann durch verschiedene Aktivitäten beschreiben. Also angenommen, ihr habt es ein Spiel, das hat voll viel Story, voll viel Campaign Modes, aber Arena Möglichkeiten, Online Multiplayer und Local Multiplayer Möglichkeiten und wir fangen an, die Time zu tracken, wie lang ihr quasi in welchem Spiel, in welchem Mode seid. Und dann gibt es dann so einen Haufen von Leuten, die hauptsächlich im Story Modus sind. Und dann gibt es vielleicht auch Leute, die überhaupt nicht im Story Modus sind, aber hauptsächlich in diesen Multiplayer oder Arena Modi sind. Und so könnten wir dann quasi die Zeiten wieder irgendwie dazu nutzen, dass wir basierend auf diesen Daten herausfinden, wer was gerne spielt und welche Varianten sein, ja, welche Cluster wir da bilden könnten. Und das ist jetzt die Variante auch, die wir dann verwenden, um mittels Big Data Analyse, mittels Maschinen Lernen quasi Sinn aus diesen Daten zusammen, also die Aktivitäten zusammenzufassen. Und da zeige ich euch kurz zwei Beispiele. Das ist eine Arbeit von Kollegen, die bei Microsoft arbeiten. Das ist halt wirklich in jedem großen Spielerstudio wird eigentlich ganz viel mit Datenanalyse gemacht. Also ich habe jetzt auch im Chat gelesen, dass voll viele interessiert werden, wie zum Beispiel das eigene D4 Player Type die DNA aussehen würde. Das ist halt vermutlich im Wissen von Blizzard und Co. Also die haben sicher die Daten drüber und sammeln es und machen basierend auf dem auch intern sicher Entscheidungen, ob sie es eher die nächsten Features ankündigen für den Großteil, die die Story lieber mögen versus vielleicht einen kleineren Teil, die auf die Mechanikoptimierung gehen. Also zum Beispiel wenn sie diese Daten hätten. Gut und das ist jetzt ein Beispiel, das sehen wir am Beispiel Forza 5. Wer hat zum Beispiel Forza 5 gespielt da im Chat? Das ist jetzt ein Beispiel von den Kollegen, die dann eben eine Mischung aus Universitätsumfeld und eine Mischung aus Microsoft-Umfeld und beim Forza 5 haben sie dann versucht, es gibt verschiedene Arten, wie ich mit dem Modi, wie ich mit diesem Spiel interagieren kann. Ich möchte jetzt nur eine Grafik zeigen aus diesem Spiel, also ich habe einen Career-Mode, ich habe einen Rival-Mode, ich habe einen Free-Play-Mode und so weiter und so fort und mittels Cluster-Analyse kann ich dann schön automatisch beschreiben, welche Arten von Typen es gibt. Das heißt, hier haben wir erst zehn Typen herausgefunden, da Nummer zwei, die sind zum Beispiel nur für den Career-Mode da, die machen überhaupt nichts mit anderen und dann gibt es tatsächlich die Multiplayer-Hopper, Typ Nummer neun, kaufen sich das Spiel tatsächlich zu 99% um Multiplayer zu machen und machen den Career-Mode wahrscheinlich genauso viel, dass sie die ersten Sachen freigeschalten haben. Gut, und abschließend möchte ich dann auch noch ein eigenes Forschungsbeispiel zeigen, da haben wir zusammengearbeitet, um JustCourse 2 zu analysieren. Also wir haben einige Forschungsarbeiten selbst in dem Bereich gemacht und wir arbeiten dann auch eben immer mit Cluster-Methoden. Cluster-Methoden kommen aus dem Bereich maschinelles Lernen, das heißt, ich habe einen Datensatz, der kann groß sein, der kann unterschiedlichste Features haben und was kann ich damit machen? Händisch kann ich damit wenig machen, wenn ich jetzt hundert verschiedene Aktivitäten habe. Ich habe zum Beispiel ein Diablo, ich habe wie oft jemand in seine Kiste schaut, ich habe wie oft jemand Elite-Bosse macht, ich habe wie oft jemand die Gier wechselt, ich habe wie oft jemand einen Dungeon macht, ich habe hunderte Interaktionen mit dem Spiel, wie könnte ich da händisch auch nur annähernd Spieletypen bestimmen? Und das machen wir eben alles automatisch mit maschinellem Lernen, wo man mit verschiedenen Cluster-Methoden, das heißt, dass automatisch ein Algorithmus verwendet wird, der Cluster definiert, der Cluster in diesem riesigen Datensatz für dich findet. Das heißt, wir machen nichts mehr anders, als zu sagen, die verschiedenen Features würde ich gerne in dieser Cluster-Analyse involvieren, und das kann dann eben so ausschauen. Wir haben das für Just Cause 2 gemacht. Just Cause 2 ist ähnlich wie GTA und da haben wir dann herausgefunden, dass wir, ich glaube, wir haben 8 Spielertypen gefunden. Wir haben eine Cluster-Methode, typische Cluster-Methoden, die man kennt, ist K-Means zum Beispiel. Wir haben verwendet Archetypal Analysis, das ist eine sogenannte Soft-Clustering-Methode, da werde ich jetzt nicht zu genau drauf eingehen. Sun, weil ich gerade auch gefragt worden bin, braucht man zum Statistikstudium, also im Informatikbereich ist das natürlich was, was wir oft verwenden, aber jetzt auch, wenn du selbst Interesse an solchen Sachen hast, gibt es ganz viele Dashboards, die dir schon helfen, mit ein paar wenigen Klicks selbst solche Analysen durchzufüllen. und da haben wir dann zum Beispiel diese acht Spielertypen identifiziert, also zum Beispiel die Average Players, die Driver Players und dann haben wir uns die Drivers, das heißt, die Elite Players, die wollen halt immer die höchste Kill-Death-Ratio haben zum Beispiel. Wir haben die Explorers, die so viel Map wie möglich aufdecken wollen. Wir haben die Rushers, die das Spiel so schnell wie möglich durchspielen möchten. Und dann haben wir uns einmal angeschaut, wir haben jetzt sieben verschiedene Level gehabt, ob diese Spielertypen von Level zu Level vielleicht wechseln, weil, gerade wenn ich als Explorer bin, wofür kann ich so eine Analyse verwenden, wenn ich als Explorer bin und dann habe ich plötzlich ein ganzes Level, wo ich überhaupt nichts mit der Karte machen kann und ich muss die Story durchspielen, irgendwas, was ich vielleicht überhaupt nicht mag, dann ist es natürlich schwer. Genau. Und das ist quasi so eine Variante, wo wir uns überlegt haben, wie kann sowas für Game Designer relevant sein, wie können wir das visualisieren und was bringt uns das eigentlich? Also das ist jetzt zum Beispiel diese Player Progression over Missions für die einzelnen Cluster und das sehen wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt den allgemeinen Progress im Spiel nehmen, dass gerade die Explorer da sehr, sehr viel Progress machen. Kill-Death-Ratio könnt ihr eh raten. Bei welchen Spielern wird das immer am höchsten sein? Das sind die Elite-Players, die genau, also die wirklich möchten, dass sie immer möglichst effizient spielen und die meisten Punkte haben. Total Time Plate wird vermutlich auch in Richtung Explorers gehen. Stunt Driver Points werden vermutlich die Drivers sein, die bei sowas voll viel Spaß haben und natürlich auch die Explorers und so weiter und so fort. Also das war ein bisschen ein Überblick vom allgemeinen Modell, was sind Spielertypen allgemein, wir spielen alle unterschiedlich, wie können wir sie kategorisieren, da gibt es halt ganz viele verschiedene Varianten davon und was hat das eigentlich auch mit Informatik zu tun, was können wir da mitmachen. So, das war jetzt die erste Vorlesung gewesen, die erste Tiny-Vorlesung. Danke fürs Zuhören.